Von dem Kunstwerk Angels in Chains, dieser 3-Kanal-Video-Installation, die ich auch in der letzten Lecture schon angesprochen hatte, geht eine ganz besondere Kunstwirkung aus, und zwar eine, die wirklich auf die Erzählfunktionen des ganzen Films auswirkt. Denn an jeder dieser einzelnen Blasen oder Kugeln, die wir da gesehen haben, da wird ja hinter einer einzelnen Figur nicht nur sichtbar, welche Variationsbreite diese Figur hat, wie sich das Drama, das diese Figur bestimmt, auch in anderen Figuren niederschlägt, welcher Preis zu zahlen war, wie eine ganze Biografie im Wechsel zwischen der jungen und der alten Frau um dieses Drama drumherum gleichzeitig anwesend sein können, als gäbe es einen Punkt von außen, eine Erzählperspektive, die auch noch beobachtet, wie dieselbe Story zehn Jahre später im Fernsehen und dann im Kino anders bewertet werden konnte. Und dieses, sagen wir mal, erzählerische Bewusstsein, aber auch diese interne psychische Differenziertheit, die ein bisschen abbildet, was sozusagen unter unserer Schädeldecke passiert, ist da sozusagen in einer Kugel als Erzählinstanz gebündelt und verhält sich wie eine ganz normale Figur, als ob da nichts wäre, kann also irgendwie mit dieser Erzählfreiheit schon umgehen, die unüblich ist für zeitgenössischen Filme, auf jeden Fall im Fernsehen. Dieses Kunstwerk hat auch eine Kunstwirkung und strahlt in die Filmerzählung hinein, und zwar dadurch, dass auf einmal diese Blasen sich ja vervielfältigen und selbstständig machen. Wir sehen das hier. Schon in der nächsten Szene driften sie über einem Kunstwerk von Euvend Fahlström, was auch thematisch unterschwellige Verbindungen mit dem King Kong-Thema unterhält. Und in der übernächsten Szene materialisiert sich bereits der Erzähler, der Märchenerzähler Christian Steyer in diesen Blasen, genauso wie es am Anfang schon Peter Maturana gemacht hat. So treffen die beiden Forscher in Berlin ein, denn nirgendwo sonst auf der Welt findet Kunstproduktion in ähnlich hoher Konzentration statt. Wir wissen also jetzt, aus welchem spezifischen Kontext der Medienkunst diese seltsamen und auch freien Erzählerpositionen herkommen. Die Idee der Band widerspricht einem monologisierenden Erzähler. Und damit ist auch die Möglichkeit geboten, dass diese Blasen anders bewohnt werden können oder auch anders genutzt werden können. Diese Erzählerposition ist geradezu ideal für eine partizipatorische Erweiterung durch die kollektiven Erzähler. Und das ist also insofern auch kein Zufall und vielleicht auch eine Auswirkung dieses Medienkunstwerk, dass die Software der kollektiven Erzähler von ihrer ganzen Anlage her sehr stark an die Konstellation des ursprünglichen Kunstwerks erinnert. Solche Beziehungen, die man nachvollziehen kann und die jedes Mal auch neue Blickwinkel eröffnen, sind beim innovativen Filmemachen genauso wichtig wie klassische, oh, ich habe es wieder gesagt, das Wort klassisch, also sagen wir mal, die konventionellen dramaturgischen, jetzt habe ich ein zweites Wort verwendet, was ich lieber aus dem Verkehr ziehen würde, Regeln, an die wir uns gewöhnt haben oder an die wir immer gewöhnt werden. Das ist keine Feindschaft, aber es müsste einen größeren Bereich geben. Beim innovativen Filmemachen muss dieser gesamte Bereich von filmischen Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen. Eine andere Form, wie ein Medienkunstwerk in den Film einstrahlt, haben wir in der Szene, in der Peter Maturana auf einmal nicht nur wieder gehen kann, sondern sogar tanzen kann. Und er tanzt vor einem Medienkunstwerk mit einem nackten Tänzer in irgendeiner Art von Sozialbauwohnung, in einer spezifischen Zeitlupe, das gar nicht genau spezifiziert ist, das man vielleicht mal irgendwo gesehen hat. Aber dieses Reenactment eines Medienkunstwerks im Hintergrund ermöglicht Peter Maturana und dem Schauspieler Peter Luhmeier im Vordergrund eine wunderbare Performance, in der auch die Mischung von Tanz und Nacktheit und Beweglichkeit und Expression, in dem das alles sozusagen im Kopf des Zuschauers nochmal neu arrangiert werden kann und reichhaltiger ist als eine 1 zu 1 Abbildung. Zumal gerade in diesem Moment sich ein Raum öffnet, in dem eine längere Voice-Over auch in dem Film Platz finden kann, die in einer normalen Spielhandlung so nicht unterzubringen wäre. Ich fühlte, wie diese Verbindungen mir in meiner Situation halfen. Ich fühlte mich besser. Sie wirken wie die Sprossen einer Leiter, an der ich mich festhalten kann. Die Beziehung zwischen dem Medienkunstwerk des Tänzers und des tanzenden Schauspielers und der zum Leben wieder erwachenden Figur ist also gar nicht so einfach zu beschreiben, sondern man kann da wirklich von einer Affizierung oder von einer Übertragung im Grunde von Ideen und Vorstellungen sprechen, die aus der Medienkunst in die Filmhandlung und vor allen Dingen auch in die Figur übertragen werden oder transferiert. Du hast ja ein dickes Buch darüber geschrieben und Affizierung gehört ja zu den Kategorien von, wenn ich das so verstehen darf, von Wirkungen, die in Konkurrenz stehen zu dem, was uns immer erzählt wird. Filme haben nur zu tun mit Konflikt und Drama und Figurenkonstellationen und dann wird noch ein bisschen Welt drumherum abgebildet und das war es. Aber es sind ja auch ganz andere Beziehungen unterwegs. Wie würdest du da Affizierung kurz charakterisieren? Also ich würde sagen, die Affizierung im Hinblick auf den Film ist zum Beispiel ein Gegenmodus zu allen Kausalkonstruktionen. Es ist eine Form des multiplen Ansteckens. Ich muss nachfragen, das ist interessant. Die Affizierung ist ein Gegenmodus zu allen Formen der Kausalkonstruktion? Ja, die Affizierung will gerade nicht einer linearen Logik folgen von Ursache und Wirkung, sondern geht davon aus, dass sich Dinge unbewusst, manchmal auch unmerklich, wechselseitig anstecken, wechselseitig hervorbringen. So wie du Maturana bist, aber eigentlich nicht Maturana warst, aber auch noch ein doppelter Maturana bist, der sich selber schon verdoppelt hat. So wie sich die Art, die Angels in Chains ihrerseits ein Bild verschaffen auf der Folie von historischen Figuren, die mittlerweile alt sind und sich selbst verdoppeln in junge und ältere Protagonisten und Re-Enactors, eben dieser historischen Figuren. Wie kann man das übersetzen für Leute, die an ihrem Film sitzen und sagen, ich möchte mal was anderes machen, außer Figur A geht nach Figur B, Figur B will das, Figur C sieht darin einen Konflikt. Ja, dann könnte die Figur Sie fragen, von welchen Elementen, von welchen sinnlichen Vorgängen sie gleichermaßen erfasst wird, ergriffen wird, wo sie gleichzeitig ist mit ihren verschiedenen Vermögen, was sie wahrnimmt, was sie denkt, was sie sieht, was sie hört, was sie fühlt, mit welchen medialen Mitteln sie gleichzeitig oder nacheinander kommuniziert und wie sie sich selbst sozusagen in der Welt verstreut. Was Film wunderbar darstellen kann, weil erstens kann man ja zeigen, wie sich eine Figur, wenn man Sprache, Gesicht, Bild trennt, so wie wir das machen, wenn man die Erzählerfunktion aufspaltet und sagt, hier ist Darstellung, da ist Idee, da ist Erinnerung, da ist Wort, dann ist das ja ein Verstreuen eigentlich in der Welt oder genauer gesagt in den filmischen Raum, den man schafft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017